Meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem weiteren Video LS19, aber kein klassisches Felsbrunnen, wie wir es kennen, sondern wir schauen uns heute eine Karte an, weil ich habe mir nämlich gedacht, die Felsbrunnen, müssen wir ja irgendwann mal gucken, dass wir irgendwie auch zu Ende kommen und dass wir eben auf die nächste Karte ziehen und jetzt ist es eben so, dass wir ein paar Maps zur Auswahl haben und das ist jetzt eine davon, das ist eine Map, die ist noch nicht veröffentlicht, die habe ich oder wir vom lieben Nick bekommen vom Forbidden Mods Team, der ist dort Mapper, habe ich herausgefunden und das ist die Karte Brook, glaube ich, warte, lass mich gucken, genau, FS19 Brook, die heißt einfach nur Brook, ist eine Vierfachkarte, ist eine Vierfachkarte, ist eher eine Multiplayer-Karte, hat aber auch von sich gesagt, aber ich muss mal so, sagen wir mal so, die NF Marsch wäre auch eine Vierfachkarte gewesen im 17er, ist eigentlich auch nur für den Multiplayer gedacht nach gewissen, aber Werner und Körsby ist natürlich auch Multiplayer-Power hoch 15, deswegen kann man sich sowas schon mal anschauen, mit der Prämisse, dass man aber weiß, CP sollte hoffentlich bald rauskommen, aber ich wollte es mir einfach mal anschauen, wir haben es zur Verfügung gestellt bekommen, das soll jetzt aber keine Kartenvorstellung sein, weil sonst wäre das auf Kornhap erschienen, das soll einfach nur mal, einfach nur mal reinschauen, einfach nur mal reinschauen, gucken wir uns mal was an, er hat ausdrücklich geschrieben, Multiplayer, das wäre für Multiplayer gedacht, ich glaube, ich habe auch ein bisschen gelesen, im Forum, er strebt es an, eine langfristige Multiplayer-Karte zu machen, was ja prinzipiell sehr lobenswert ist, da gibt es ja überhaupt nichts, und da muss man sich eben nochmal ein bisschen was anschauen. Euer Feedback könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben, im Laufe der Vorstellung, ist die keine Vorstellung, aber was wir so sehen, was uns so auffällt und so weiter, alles das gerne in die Kommentare, ich glaube, der Modder kann sich das auch durchlesen, wenn er dann Bock und Lust hat, und dann kann er dementsprechend noch was machen. Eine Sache, die muss ich gleich mal ankränkeln, das ist aber nur mein Favorite, mir fehlt so ein bisschen das hier, weißt du, so Dekorzeug, hier steht ein Fahrrad, hier liegt ein Gartenschlauch, da stehen Fässer, das ist cool, das ist auf dem Bauernhof so, da steht überall was rum, so, wenn ich mir jetzt diese Halle angucke, da steht gar nichts rum, da ist nix, das ist alles perfekt, da ist kein Rostfleck am Boden, da ist einfach nichts, das, vielleicht kann man da nochmal ein bisschen, hier, weißt du, irgendwas hinstellen, vielleicht auch einen alten Traktor oder irgendeinen Anhänger, was nicht mehr funktioniert, irgendwas, weißt du, das sieht irgendwie so, nicht schlecht aus, aber irgendwie so hingestellt, mit dem Editor drüber gemahlen und, ne, weißt du, was ich meine, deswegen, wenn das noch, sowas zum Beispiel, das weiß ich, gehört zum Milch jetzt dazu, wegen dem Kuhstall, aber, dass man halt so ein bisschen so die Details, die Map ist noch nicht fertig wahrscheinlich, gehe ich davon aus, deswegen sind das noch Sachen, die auf alle Fälle noch kommen können, aber wir gehen jetzt erst mal, wir haben, glaube ich, ein Auto, wir haben ein Auto, wir haben auch eine Werkstatt, ich glaube, es ist so aufgeteilt, da stelle ich mir unter Hof 1 vor und hier unten haben wir Hof 2, da haben wir einige Verkaufsstellen, da haben wir zum Beispiel Getreide, Kalkstation, Shop, wir haben 25, 27 Felder, 28 Felder, okay, eher größer, ne, wenn man das so sieht, eher größer und auf gar keinen Fall rechteckig, wir haben ein Segelwerk, das schauen wir uns jetzt erstmal an, okay, und dann haben wir genau nebenan die BGA, oder, wenn das die BGA ist, dann können wir das auf alle Fälle, ja, so landschaftstechnisch, man kann jetzt nur nicht so viel sagen, aber ist es nicht, also es ist alles da, wo es hingehört, diese Straßendinger sind da, die Straße hat eine Begrenzung bekommen, es sind verschiedene Büsche verbaut, Zaun ist rumgezogen, das BGA-Gelände zum Beispiel, das, ja, okay, was haben wir hier noch, Bunkeranlagen auch, also das ist nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, oh, geht gar nicht, ne, das sieht halt alles sehr, sehr Standard aus, unter Anführungszeichen, man muss aber dazu sagen, dass natürlich auch die, die momentane Benutzung von Objekten, beziehungsweise welche Objekte bereits da sind, ist halt sehr stark begrenzt, das muss man einfach so sagen, ne, das muss man einfach so sagen, okay, hier haben wir die BGA und die Sägerei, oder das Sägewerk, kann man es nennen, wie du willst, dann haben wir hier einen Shop, eine Shoppe, 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 und daneben haben wir gleich eine Verkaufsstelle wahrscheinlich, was ist das hier, äh, was, was bist du, Getreide, ist das ein offizieller Verkaufspunkt, genau, Getreide, dann gibt's Getreide AG, sind zwei verschiedene, Milchverkauf, Sägerei, Scheune, Tier- und Agrarprodukte und die Beberei, okay, das sagt eigentlich, wir haben Start wohl, äh, Dingerns hier, ne, wir haben was drin im Lager, wenn ihr neu anfangt hier, ich hab mit dem leichtesten, leichtesten Modus, Anführungszeichen, begonnen, was halt schon schön ist, und ich glaube, dass ich das auch so gelesen habe, wenn nicht, kann ich da gerne in den Kommentaren berichtigen, glaube, er wollte einen realistischen Nachbau haben, glaube ich, weil ich hab da irgendwas von Google Earth auch gelesen und glaube, dass es auch ein realistischer Nachbar sein sollte, mal wenn man jetzt so in die Ferne guckt, ne, äh, find ich das schon cool, also find ich schon cool, dass es auch Felder gibt oder Maps gibt, wo die Felder nicht so zugewuchert sind, ne, wir kennen ja alle diese Felder, die so hinter einem Tor zwischen drei Bäumen und wo die Hacker schon reinguckt und so weiter, das ist halt so ein bisschen genau das Gegenteil davon, du hast Platz, du hast hier, du hast Wendemöglichkeiten, du bist nicht so eingeengt wie auf so anderen Maps, sag ich jetzt mal, ne, was du halt wahrscheinlich nicht hast oder vielleicht noch nicht hast, ist diese feine, für mich wichtige Detailverliebtheit, ist jetzt aber nur meine Meinung, soll jetzt kein Hater irgendwas sein, ne, wir haben echt krasse, was ist hier, das hab ich nicht ganz verstanden, da müssen wir uns mal angucken jetzt hier, da schauen wir uns jetzt mal an, ich schätze mal, wenn die Map rauskommt, wird sie auf Forbidden Mods rauskommen, das ist so die übliche Art und Weise bei Forbidden Mods, äh, was ja überhaupt nicht schlimm ist, ne, ne, oh, haben wir keinen Speedpla drin, haben wir nicht drin, okay, du siehst hier halt, Bäume, 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 wir haben keine Inseln, ach doch, hier hinten ist eine Insel, wir haben keine Felderinseln, zack, da ist eine, naja, läuft, das haben wir auf alle Fälle auch, Feld 13 ist ja richtig groß ausgefallen, oh lol, das gehört zusammen, okay, wir haben natürlich auch saftige Preise hier, ne, 2,2 Millionen, 1,2 Millionen, 700.000, ich versteh den Sinn dahinter, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ich kenne Leute, die schreiben uns bei Facebook, bei Instagram, ist egal wo, die schreiben, sie suchen eine geile, große Map, um lange mit ihren Freunden zu zocken, so, da ist die Felsbrunn und die Ravenport einfach ungeeignet, weil du hast einfach so ein Feld, Alter, das ist einfach so massig Fläche, da wo es auch Spaß macht, hier mit 5 oder 6 Häxlern zu fahren und mit 8 oder 9 Abfahrern, weißt du, das kannst du hier machen, da wird es auch für gedacht sein, weil deswegen vielleicht auch die BGA daneben, zum Beispiel, ne, ich weiß nicht genau, aber, könnt ihr mir vorstellen, äh, was ich noch nicht ganz, aha, aha, das heißt, der Fonds ist nur hier, das kann man nicht kaufen, ich kann jetzt nicht rumtippen hier, ne, das geht nicht, das geht auch nicht, okay, das scheint wohl nicht zu funktionieren oder vielleicht auch nicht gedacht zum Kaufen, das kann man auch noch kaufen, das kann man auch noch kaufen, da war ganz, 44.000, also Startfelder wurde auch hier gedacht, ne, 77.000, da draußen, das sind jetzt keine Übersummen, das muss man mal so sagen, ne, das muss man einfach mal so sagen, ja, das, also es sieht alles sauber aus, also die Feldumwandungen sehen auch gut aus mit der Parzelle, das passt alles, da kannst du jetzt nichts dagegen sagen, ähm, gehen wir nochmal hier hin, besuchen, das ist jetzt die Getreide AG, einfach ein stinknormaler Verkaufspunkt, aber wir sehen hier Felder, 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 plus ein paar Tümpel, bisschen so Wasserloch-mäßig, was ich halt überhaupt noch nicht gesehen hab, kann mich auch täuschen, ne, aber es sieht fast so aus, als wie wir außer den Funktionsgebäuden keine anderen Gebäude auf der Map haben, kann das sein? Also ich, so stadtmäßig, weißt du, so eine Stadt, wo man so wohnt und so, weißt du, außer die Gebäude, die eine Funktion haben, sehe ich da eher nix, aber, warte mal, ich gucke mal hier nochmal nach, gut, hier ist, wie gesagt, das gehört alles dazu, was sonst sehe ich keine Häuser, da hier, was ist das hier? Ja, hier ist so eine kleine Ortschaft, guck mal, habe ich hier der Blödsinn gelabert? Hier ist auch noch so eine kleine Ortschaft. Okay, ist doch da. Hier haben wir auch wieder Wasser, auch mit Zaun und so weiter, das ist wirklich alles schön, da gibt's, kann man ja nicht jammern, ne? Hier gibt's sogar einen kleinen Volleyballplatz mit einer kleinen Rutsche hier, schön das Ding, eingezäunte Weide, auch schön, also Weide oder Grasfläche halt. Wir schauen uns nochmal ganz kurz den Fuhrpark jetzt nochmal an, wir haben jetzt einen Pickup, wir haben einen grünen John Deere, 16535M, einen grünen Argoleiter, 2-Axt-Tandem, einen New Holland Thresher, wir haben, das haben wir noch alles hier, Tore, die kennen wir schon, Tore und so weiter, das haben wir alle schon, ja, die kennen wir schon von der Felsbrunn, wir haben einen Case, Maxim, dann, was haben wir noch? Das war's, that's all, können wir nochmal hier reingucken, ja, einige Maschinenanbaugeräte, das ist was du halt brauchst, ne? Große Silos haben wir auch, Werkstatt haben wir, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist jetzt eine von vielen Karten, aber ich wollte halt mit dir anfangen, weil die haben wir im Vorhinein zugeschickt bekommen, das finde ich immer sehr, sehr nett und sehr, sehr cool, deswegen muss man die natürlich auch zeigen. Schreibt gerne euer Feedback unter dieses Video, erstens zum Thema, wie ist die Karte, wie findet ihr die Karte, gibt's noch Verbesserungsvorschläge, gibt's Sachen, die euch richtig gut gefallen? Und zweitens zum Thema, wäre das vielleicht eine Karte für unser Felsbrunn-Projekt? Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil schön langsam müssen wir uns ein bisschen drum kümmern, ne? Und ich möchte nicht einfach sagen, hier, das ist die neue Karte, friss oder stirb, so auf die Art, weißt du? Sondern wirklich gucken, ja, das wäre was, das könnte was sein, aber wie gesagt, mit dem Hintergedanken, Curseplay ist da, wir nehmen jetzt einfach mal an, Curseplay ist da und, ne, du kannst dir einiges machen. Das wäre vielleicht, mal gucken, ich bin nicht sicher, deswegen frage ich euch und ja, baller gerne die Kommentare voll, ich danke fürs Zuschauen, ich danke auch, wie gesagt, nochmal dem Mod, dem Nick, fürs Bereitstellen der Karte und alle Infos dazu, wahrscheinlich auch Verbindmods, denke ich jetzt einfach mal, wenn ich noch irgendwie einen Link zu einem Tweet oder sowas bekomme von Verbindmods, werde ich den gerne noch beifügen in den Kommentarbereich, müsst ihr mal ganz oben bei den angepinnten Kommentaren nachschauen und ja, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis sehen, macht es gut, ciao, ciao.